Willkommen hinter den Kulissen von in 80 Millisekunden um die Welt, dem ersten dezentral produzierten Show-Event. Ein technologischer Meilenstein mit Performances von Purple Schulz und Freunden. Aber Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Die Location in Bottrop wird verlassen, kaum Crew zu sehen, dafür ein stattliches Tablet-Ensemble. Und Mischpulte mit Federn von Geisterhand bewegt? Geister gibt es nicht. Also bitte, was passiert hier? Wir sind hier mittendrin in einer neuartigen, dezentralen Live-Produktion. Der Lichtdesigner sitzt in München, der Regisseur in Wien, der Toningenieur in New York. Die verschiedenen Teams sind über den halben Erdball verstreut und kommunizieren und kooperieren in Echtzeit. Ihre Kameras, Licht- und Mischpulte steuern Sie bequem aus der Ferne. Wie das geht? Mit Riedels Remote Operations Center in Wuppertal. Hier im Herzstück dieses einzigartigen Netzwerks laufen alle Fäden der Remote-Produktion zusammen. Es werden Intercom-Signale, Datenströme, Audio- und CCTV-Feeds gesteuert, programmiert und überwacht. Und die benötigten Server stehen im Riedel Rechenzentrum für maximale Produktions- und Datensicherheit. Ihr wollt mit eurem Live-Event neue Wege gehen? Dann seid ihr nicht allein. Mit Riedels skalierbaren Lösungen für Remote-Produktionen ist euer Event für die Zukunft gerüstet. Music 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 Vielen Dank.